ich bin bereit so ich probier's noch mal ich hab noch ein paar ich wollte auch noch mal ein reinkommen aber kommt das sowieso nicht richtig wir müssen in den anderen etwas reinschmeißen dann kommt wahrscheinlich auch der reinkommen ja Wahnsinn hey ich glaube wir haben es das letzte Mal einfach übertrieben und dann haben sie gesagt ne 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 so geht das nicht sie wollen das dann kriegen sie es nicht ich glaube es ist der Michael, ne ist Hilfili oder Michael ich weiß nicht genau was für Haare das da gerade waren ja der läuft da bei dieser Bretterhütte rum ich habe überhaupt einen Verdachtsschlag und nichts mit okay, heute habe ich den schwarzen Peet hab ich auch so das Gefühl auch ja macht generatoren aber das schütze hälfte durch rechts neben mir macht der krisgert auch an was ich mache in dem großen haus gemacht macht alles macht einfach durch aber du hast da gerade im Keller rum ich sieh's ja ich sieh sein Haarschoff das ganz witzig weil wir der käme vielleicht ja gleich nicht mehr wenn drei Generatoren fertig werden ja meine ist jetzt durch ja da kommt er schon geht ihr hin ja hier kommt keiner da war ich mein noch fertig Marco kommt schon und der andere glaube ich auch mich hat er gesehen ne er geht zurück zu dir Chris ja sucht euch einen Generator und macht weiter ich mach weiter hier bei mir und jetzt gleich sterbe ist übrigens eine oh ich bin von der nähttaste abgerutscht oh oh viel spaß ich bin raus das kaputt er das kaputt er ja da steht af... ah ne jetzt macht der Generator kaputt ok ich weiß nicht was er denn tut aber keine ahnung hast du vielleicht ein fertig der mädchen ungefähr gleich Der läuft da hinten rum Der rennt da hinten rum Der läuft von mir weg Halt ab, mach weiter Kommt zu mir Der Kato ist auch gleich fertig Geht zum Generator, der gerade fertig geworden ist, glaube ich Chris, such schon mal einen Ausgang, der Kato ist jetzt gleich fertig Und zwar jetzt Okay Und wie machst du auf? Den Rechten davon Oh Gott, ich sind ja gleich gegenüber Ja Ja Also der Rechte ist offen Der kommt jetzt hier gerade, ich muss direkt raus Obwohl Nö, muss ich nicht, glaube ich Drei Mal Drei Mal Was machen wir, Chris? Lass es dir, der kämpft eh Oh Hier ist die Luke Okay Willst du die, soll ich die nehmen? Egal, der hängt dann hier auf, glaube ich Okay Ich lauf nochmal außen rum Ich lauf nochmal außen rum Ich hole ihn jetzt Jetzt ist gut, ja Und jetzt lauf Naja, okay Der fährt nicht um, aber es ist furscht Okay, ne, er schafft es nicht Wuss Nice, nice 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 Alter, vergibt es Punkte? Das ist ja verrückt Ah, gleich getrennt Ja, krass Hm, glaubt ihr, wir schaffen es morgen Abend mal wieder TTT zu spielen? Hm, mehr genügend da sind Schreibe ich morgen früh mal Ja Schon die Lieder mit Tobi und Jenny oder so? Ja Schreibe ich morgen mal dann in die Gruppe Und dann gucken wir mal Na, Eli abends dann bestimmt auch nicht mehr so hart am Lernen ist irgendwann mal TTT haben wir schon echt lange nicht mehr gemacht, das müssen wir unbedingt mal wieder machen Ja Wäre ich auch dabei Nice Aber Hadasch, wenn ich den Junior abgegeben hab Na klar Äh, Marco kommt ihr beim Tobi auf dem Geburtstag? Der ist nächstes Wochenende, richtig? Nächste Wochenende Nächste Samstag, ja Ich glaube, da war nichts mehr, ich glaube, da kommen wir Cool, okay Ja, ich würde auch kommen Wo war's beim Lernen? Äh Äh Ah, okay, der Doktor Der Doktor Der Doktor Bei dir? Mhm Oh Oh Hat er daneben geschlagen Aha Aha Ah, jetzt funktioniert das mal, dass ich das rote Licht in meinem Rücken sehe Krass Äh, Vorsicht Okay Jetzt ist es hinter mir her So, kriege ich jetzt diese Stufe 1 wieder irgendwie weg? Nee, Stufe 1 Ah doch, die geht von alleine weg, okay Ah Die ist jetzt gleich, oder? Ja Zumindest ist es so ein Kreis runtergegangen, aber Na, zu sagen Schiebe, paranoia Wo bist du dann? Chris, kannst du mal hier? Ah, da bist du Oh, sorry, hab ich nicht gesehen Können wir gleich zum Generator kommen, den ich hier mache Na, da kommt der Chris, der Chris sieht es dann Oh, die führt den gerade zu uns Ja, schon einfach mal zu uns Ja, schon einfach mal zu uns Tiers hat, ja Tiers hat, ja Scheiße Marco, wo bist du? Äh, beim Chris Warte, drehen wir rum So, rechts Ja, da Ja, da Ah, da müssen wir schon mal die Schlechte um ihn zu holen, ne Oh, fuck So, hat er dich geshockt Er hat nicht geshockt, ne Ach, komm schon Ich hab gedacht, der kriegt sich mehr hin Egal Scheiß, doch, Alter Faszinier Okay, die haben ihn ein bisschen verändert Also, ich hab ständig jetzt gerade Wahnvorstellungen, dass er direkt hinter mir steht quasi Und dann hab ich auch ultra den krassen Herzschlag und das rote Licht Genau Hm, ich auch gerade Das haben sie verändert Finde ich jetzt besser Ob das noch Sinn macht, weiß ich nicht Aber Haben wir den jetzt geholt, ja, ne Wow Ja, und die ist so doof Die ist direkt jetzt im gerannt Naja Naja Trotzdem noch so mit der schlechteste Killer, oder? Vor allem, weil die Schupperefekte ziemlich schnell ihre Willen verlieren Oh Hoi Moin Wo willst du denn? Na dann Nein, nein, nein Fuck off, sorry Ich lenke ihn mal ab, wenn er jetzt hierher kommt Jetzt ist er wirklich da Oh Ich hör's Okay Machen wir weiter Ich glaub das ist der Echt Okay Und rechts dann von mir aus gesehen, dass du geradeaus in die Richtung schaust Äh Ist doch gleich der von Chris Ja Ja Fuck, scheiße Alter kam mir jetzt angesprindet Ich hab ein Sprintwerk Ich hänge, ich hänge Ich hänge Ich hänge Mommy Alter Jo Juuu 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 Danke Gute schon Gute schon Wenn wir zu dir zu dir oder? Oh Gott Er kam hin zu seiner scheiß Warenvorstellung angewitzt Ich glaube, es wird Zeit, dass ich mir heute aufhöre. Und ich hänge. Er kommt zu mir. Ich hiel dich dann gleich hier. Das war voll gefakt. Aber du auch nicht. Ist noch bei mir. Okay, ist weg. Ja, du hast gerade Lärm gemacht, Chris. Da kommt jetzt wieder zu dir. Ich weiß. Ich war zu über, ich hab zu spät Schiff losgenommen. Ja, läuft gerade in deine Richtung. Also bei mir ist er weg. Ich hab dich aber gerade noch verloren. Ah ne, der ist weit weg, Chris. Normalerweise. Er läuft dir grob hinterher, aber... Mir? Ja. Ja, ich bewege mich inzwischen lange. Ah. Wer ist jetzt wieder in Richtung Chris unterwegs? Ja, es geht zu dir. Straight. Oh, dann kommt er echt zu mir. Ja, was war denn das gerade für ein Skillcheck? Das war auf einmal ein anderer Skillcheck. Wie beim DS. Steckt er durchs Fenster. So, hab ich jetzt hier irgendwo so einen dämlichen Generator suchst du? Hast du gerade einen, Chris? Ah, da ist einer. Ja. Das ist der Generator? Hm. Ich hab an. Jetzt hab ich jetzt schon. Alter. Wie habt ihr denn immer noch? Ah ja. Schatz. Ich kenn das genau gegen, ne? Wenn der halt nicht mehr so schreien würde, dann. ich habe noch gedrückt was von da ist los dass ich heute und skillchecks vermasseln das ist ja der hammer ist noch bei mir das gut ist ich sehe dich durch bond nicht ja doch jetzt richtig das hatte ich ja auch einmal konntest du mich da heilen weißt du das noch sonst richtig gleich doch scheiße ich kann jetzt auch nichts machen okay verfolgt mit seiner keule voll dann im geschlagen er geht wieder zu dir ist dass man dich das alles gut ich habe bond so ich müsste dich eigentlich bei ja ich sehe dich wo das licht und menschler problem so kannst du dich jetzt beruhigen nein bist du denn überhaupt auf stufe drei ja warum schreist du doch nicht sonst kommt es beruhige dich normalerweise ich schrei die ganze zeit ist echt eklig da kannst du generatoren machen chris aber du schreist du hast kein einziges mal geschrieben also das wundern mich vielleicht ist einfach die anzeige verpackt weißt du ich mal dass er das hat einfach einblendet obwohl du schon lange nicht mehr auf stufe drei bist ja das geht tatsächlich schreist ja das kommt ab chris dumm jetzt wenn ich noch einmal hängen bin ich tot der kommt gerade zu uns hat mich glaube ich gesehen ja hat mich gesehen hat wieder nicht funktioniert mit dem schnellen rein oha clever ich glaube ich liege jetzt das war aber ganz schön lege hier der ist auch noch ziemlich verpackt der typ das war mal eine hackfresse hat der ja ne du magst du mich nicht ne ne aber ich hänge ja zum keller was natürlich stumm und unangenehm ist ja aber gut schauen wir mal ok krise rüsten wird verfolgt dann soll ich kommen ja der wird sich gleich haben ich bin im weg dem weg wäre nicht so besonders ja wir hängen beide jetzt im keller wieso weiß er denn jetzt wo ich bin dann kann ich versuchen haken zu kommen aber was ist denn jetzt dass ich da bin zeigt zu mir gerannt kam leider nicht runter alter was der macht das war jetzt komplette scheiße ich hab zu der typisch noch ziemlich verpackt die halt direkt auf mich zugelaufen ist ja ziemlich da haben wir ja auch direkt gefunden ich hab gleich ich hab gleich plus bloodhunt points steht da die ganze zeit okay okay dingens shake nurse noch irgendeinen schon auf 40 oder höher aber du musst halt eine ganze zeit einen immer gleich gespürt und das ist ja keine guten teacher bergsen und ihr fehlt einfach ein bisschen die power das halt so der michael war so klar das heißt sie dreht noch eine runde das ist ein bisschen vollstocken also wegen dem zu müssen kommt er versorgen ich sehe ja mein generat ist bald fertig und so auch perfekt oder nicht hätte ich bloß nichts gesagt naja über das ein keller ich glaube schon in die richtung wir sind noch an der straße ich bin umfasschen aus weißt du was du meinst mit dem generator behalte hier auf der straße bei dem polizeiauto ist eine kiste da ist ein lila werkzeugkoffer drin aber ich will jetzt mein medikit nicht hergeben ich auch nicht wirklich aber hol ich dann zu hören jetzt hol ich bevor ich den generator ich habe jetzt mal ja doch und er kann auch in den keller wahrscheinlich das ist ja klar ich habe kein bauro time hallo der wiggelt nicht doch ja alter lol ja das war halt mega kacke ja das ist alle drei der wird niemals da weg gehen oder soll mich gleich auf die suche ok oh der ist runter gehüpft ok fuck ich habe mich gerade verraten naja nehmt ihr die anderen also kannst du es auf jeden Fall probieren dich zu holen oder was ja also der hängt uns jetzt gerade auf ich bin runtergesprungen oh man alter dann müsste man irgendwie so'n Unverwundbarkeitsbonus bekommen wenn man runter springen naja so ein hit was wow ja dann such mal die luke ne ja hm so ein schnelles game allerdings du kannst noch die werkzeugboxen sehen wenn du willst hab ich schon gekrallt ok schauen wir mal an also auf der unteren straßenhälfte ist sie nicht er kennt sowieso ne also kann ich nicht holen hm hm also ich hab keinen handschlag oder so aber ist jetzt sowieso glaube ich zu weit weg ok was er ist hier ah lol was er war nicht bei dir fuck ich hätte dich auf jeden fall holen können ok er ist nach oben gedüst er muss ja eigentlich die luke schon rein theoretisch auf der kleine neiiiin naja geil ich hab bisher deine gewischt ja das war's oh mein sprintbus ging nicht an höh der war eigentlich auf cooldorn ja so kann man das natürlich auch verkaufen naja mach's mach ein kurzes game ja ja ich hab trotzdem 20.000 echt ich glaub ich hab fast gar keine punkte weil ich hab halt nur generatoren gemacht sonst nix ich hab ganze 3500 obwohl ich zwei generatoren gemacht habe aber er hat die generatoren machen bringt halt einfach keine punkte ne ähm das ist halt so das ist halt so jo nice doch nicht empfiehlt auf geht's gleich mal 400 punkte abgreifen 200 plus 200 gar keine ok reunited funktioniert nicht ähm das ist da war das gerade trapper ich bin mir nicht sicher ach nee es war aber ein mitspieler das war's gut glaube ich ich bringe ihn mal mit aber es ist auch unsichtbar vielleicht will er nur spielen er macht ein totem hier weg deswegen kann ich da nicht entlang rennen ok nur frack was war los genau in dem moment wo ich aufhören will um gut auffällig zu bleiben kommt das nicht hier essen grüß gott ist er schon wieder da oh gott verfolgt er dich oder was wieso nicht mich der hund der geist ok da ist er wieso läufst du daran mich hat er verloren ich finde ich mal kurz zusammen schicker hut hast du kämpf oder was ja ok wir machen wir jetzt hierher kommen oder einen von uns da ist bei mir ich habe mich verloren Okay Kommt wieder zu euch, glaube ich Ah ja, ich sehe Und die Schlender durch den Wald Ich sehe keinen anderen, weder den Killer noch ein von uns, was ist da los? Ich renne jetzt einfach, scheiße, ich bin ein Boost Ah, ich sehe dich Ich bin da hinten, ja Aber der ist hier Oh Alter Nee, wir haben gar nichts rafft Der kommt, glaube ich, nicht klar, dass man keinen Ton macht Iron Will ist einfach viel zu krass auch Also wenn ich Killer spiele und der hat Iron Will, dann bin ich so schnell am Sack, weil ich ihn einfach nicht mehr finde Ja Hallo Was hat bei dir? Ja, ich habe ganz dreist direkt neben ihm den Generator weitergewandt Oha, clever von dir Oha, clever von dir Danke für die Punkte Jetzt mache ich mal was ganz verrücktes Keine Ahnung, ob sowas funktioniert Wir stehen mitten unter einer Riesenlampe Es hat tatsächlich funktioniert Das ist eigentlich ganz logisch, ne? Kein Mensch schaut an zu einem gemachten Generator halt und ich habe mich einfach da direkt runtergekniet War aber mehr Glück als Verstand, dass er mich nicht gesehen hat, also ganz ehrlich Tja, ist so geil, ey Den kannst du so leicht abhängen Das ist echt krass, ne? Wir gehen wieder zu dem Generator, den wir gerade gemacht haben Ja Es ist ja schon wieder da Au Is guter weg Is guter PI Ja, kommt wieder her Ne, ist wieder weg Ich bin den Generator fertig so Jetzt schaut er im Schrank da ist er wo ich hinter so einer schmalen Kiffer stecken kann ja der kämpft hier bei dem Generator der läuft jetzt zu uns gerade Richtung Keller hat mich natürlich nicht gesehen ich habe nicht gesehen rüber gibt es einige knallw Ich meine das 3 Viertel? Ja, ja, ja. Aber ich mach trotzdem weiter genauer Ton. Sagst du doch mal, weil ich bin Dör... Nein, das ist ein Profil, so. Das ist bei uns. Ah, ich seh dich. Ja, toll. Ähm, ein Ausgang... Der andere steht im Schrank. Ich mach mal den anderen aus, da wo die nicht liegt gerade. Jo. Wenn er nicht gleich hierher kommt. Ich glaub, der kommt gleich hierher. Aber mal schauen. Der hat mich gesehen. Ah ne, da hängt hier so ein bisschen rum bei dem. Ja. Sie lockt hier auch auf und ab. So ein Camper. Echt? Wir machen den auf, ich halte ihn noch schnell und dann kommen wir wieder zurück, würde ich sagen. Alter, warte mal. Das ist ja ultra, ultra weit weg. Ja, wieso bricht der ein Healer? Ja, er steht... Ja, okay, ich hol ihn jetzt einfach mal. Okay. Hier ist die Luke übrigens. Ja, ne? Ja, verfolgt die andere. Ach, tut mir leid. Ach, tut mir leid. Kommt der eigentlich raus? Ja, hier ist auch raus, ja. Ach so, ja, dann, dann das raus geht. Jo. Jo. Oh ja, das ist kaputt, äh... Jetzt will ich jetzt mal wissen, wie viel das wird, ja. Wie viel hast du? Ja... Wie viel ist es jetzt? 36.000. Es gab... 40.000. Nice. Ja, 70.000. Ja. Ja. Ja, übel.